Hallo Filmfraggets und schön, dass ihr wieder mit dabei seid beim Filmradio. Nach Indianern und Astronauten wird's nun blaublütig. Bulli Herbigs dritter großer Film heißt Lissi und der wilde Kaiser. Das Filmradio mit Dante. Die österreichische Kaiserin Lissi lebt mit ihrem Gatten in voller Harmonie auf Schloss Schöngrün. Alles ist gut, bis ein Yeti die Kaiserin entführt. Das muss er aber tun, weil der Teufel den Yeti sonst in die Hölle schicken würde. Der Yeti ist nämlich ein ziemlich unsympathischer Typ. Kaiser Franz macht sich also mit dem Feldmarschall auf den Weg, um seine geliebte Lissi wieder zu befreien. Ich glaube, es gibt nur sehr wenige Filme, die ich häufiger gesehen habe als diesen hier. Ich liebe diesen pompösen, dekadenten, flachen und doch auch sehr intelligenten Humor. Dazu trief der Film nur so von Kitsch. Das ist einfach alles zusammen so ziemlich die perfekte Mischung für mich. Die Figuren sind jetzt lange nicht so gut animiert wie in anderen Animationsfilmen. Aber sie haben halt doch Merkmale und Eigenschaften, die sie total menschlich erscheinen lassen. Das Tempo des Films ist ziemlich perfekt. Einzig am Ende zieht es sich dann doch ein wenig. Hier kommt auch das zum Tragen, was ich bei den anderen Bulli-Filmen nicht gesehen habe. Es ist leider oft eine Aneinanderreihung von Gags. Die zünden allerdings bei mir, daher bin ich der Meinung, dass der Film damit steht und fällt. Für mich ist das hier sehr unterhaltsam und kurzweilig. Trotzdem kann ich den Film gegen die vielen Schwächen nicht verteidigen. Ich werde ihn mir aber trotzdem noch viele weitere Male anschauen. Lissi und der wilde Kaiser dauert 85 Minuten und ist auf IMDb mit 5,1 bewertet. Von mir gibt es 55 Punkte. Habt ihr den Film denn schon gesehen? Wie fandet ihr ihn denn? Schreibt es doch einfach mal in die Kommentare. Und wir hören uns dann auf jeden Fall beim nächsten Video wieder. Und bis dahin sage ich... Und bis dahin sage ich...